Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf einer SunGaming und heute ist schon mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Weyman. Und zwar sind wir heute im Hochzeitgarten. Jetzt sagen wir den hier mal direkt los. Zack, zack, zack. Ah, jetzt muss mein Kollege, mein Freund, muss hier wiederhelfen. Go! Zack. Vamos. Okay. BAM! Ich hab's! Der erste erst? Okay, das wundert mich jetzt nicht mehr. Okay, ich seh irgendwas nötig. Boah, er hat selber gestorben, alter. So, zack. BAM! 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 Na gut, hier oben ist nichts. Oh, ähm, hab den nicht gesehen. Mist. Glaub ich muss das Level nochmal neu spielen. Ja, wie soll ich denn da auch was anderes machen? Boah, ich hab's schon wieder. Ah. Leute, leider ist ja auch Deutschland raus. Du hast gestern, äh, das Spiel angeguckt. Die hätten eigentlich sehr viel Chancen gehabt, zu gewinnen, aber irgendwie haben sie die nicht durchgesetzt. Ist natürlich sehr schade, weil man ja dachte, in dieser EM 2024 ändert sich mal irgendwas. Hat sich auch, denn die haben, die sind schon relativ weit gekommen. Hm, aber dennoch haben die sich irgendwie nicht durchgesetzt, empfiehlt die Planale. Und Spanien hat's gewonnen, ne? Ich hoffe natürlich, dass Spanien jetzt verliert, die EM, ne? Weil sonst haben die, glaub ich, relativ oft... Boah! Sonst haben die relativ oft eigentlich immer gewonnen. Ähm, ja. Hä, wie soll ich da hinspringen? Aua! Äh, wie soll ich da hinspringen? Wie, oh, muss ich jetzt hier schon anfangen? So, jetzt. Oh, da bin ich jetzt selbst reingesprungen. Egal, macht nichts. Okay, da ist nichts. Ist hier vielleicht irgendwas? Nö. Hey! Oh! Okay. Ich find's echt schade, dass Deutschland jetzt nicht weiter ist. Oh! 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 Ja, ich find's, ich find's echt schade. Ich hätte gedacht, die gewinnen irgendwie die EM, aber anscheinend ja doch nicht. Ne, ich hab ja auch dazu einen Song hochgeladen. Kann ja gerne mal vorbeischauen, der ist dann auf meinem Stun-Music-Kanal. Und wenn der mit dem verlinkt ist, gibt einfach in der Suche einen Stun-Music und dann fiel der in meinen Kornal. Also, das ist relativ schade, weil man dachte halt, dass die irgendwie durchsetzen. Aber anscheinend ja doch nicht, ne? Ist ein bisschen blöd, aber ja, kann man jetzt nicht viel machen. Wir spielen das Level auf jeden Fall nochmal. Wir gehen nochmal rein gleich. Wir haben nämlich nicht alle. So, einmal. Einmal nochmal neu rein hier. So. Oh. Oh. Hä hä hä. Quatsch. Achso, jetzt kommt die Hände weg. Jetzt kommt der mein Freund wieder. Stimmt. Moin. Moin Meister. Boah, ich bin fast in den Zacken gewesen. Schon wieder runtergefallen. So. 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 Boah, ich hab den fast nicht gekriegt. So. 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 So, buntz buntz Ne, dann schnell, zack 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 Ho-ho-ho-ho-ho Weim, weim, um? Die dritten Grad Ich komm, aber wär weg Ja, ich hab's gestorben So Ey, blöder, blödes Vieh. Ähm, ey, ich bin echt, ich bin sehr pausch, dass ich das nicht weiter hätte, deswegen bin ich ein bisschen ruhig. Also nicht wundern, das ist echt einfach nur blöd. Na, ich hätte echt gedacht, wir gewinnen gehen, aber macht ja nichts, ne? Das Leben geht weiter, wollte ich sagen. Hallo, mach doch. So, hier darf ich jetzt auch nur einmal machen. Ich komme hier nämlich oben rein. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Mann! Jetzt. Ja, ich habe ihn. Okay, let's go! Okay, jetzt müsste ich glaube ich sogar schon alle haben, ne? Wir haben, glaube ich, nicht viele Befehle eigentlich. Glaub ich zumindest. Ist hier irgendwas? Ja. Das ist der Weg. Puh, 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 Puh. So. War vielleicht da oben? Egal. So. Aber müsste jetzt glaube ich auch alle haben. Ne, einer fehlt mir und der war wahrscheinlich da oben. Ah, der war wahrscheinlich da oben, deswegen habe ich den jetzt nicht. Ah ne, hier ist er doch. Nö, hä? Okay, ist er doch nicht. Aua, aua. Mann. Okay. Warte Leute, ich gehe nochmal kurz zu diesem einen Stelle und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dort bin. Ja Leute, ich habe jetzt nochmal geguckt, also ich habe es irgendwie nicht gefunden, deswegen beende ich auch das Video hier, also ich finde den anderen nicht. Keine Ahnung, wo das sein soll. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da, schaut euch wieder in den Discord-Server weiter unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinem mehr verpasst. Achtung, komm auf den Tag, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.